Am 2. April stellte Innenminister Christian Pegel die Kriminalstatistik von Mecklenburg-Vorpommern in der Landespressekonferenz in Schwerin vor. Die Fallzahlen sind 2023 gestiegen. Der unschöne Teil ist bundesweit, dass wir sehen, dass die Zahlen ein Stück nach oben gegangen sind. Sie werden ja die kriminalpolizeilichen Statistikvorstellungen in den letzten Wochen auch in anderen Bundesländern schon verfolgt haben. Auch dort haben wir Steigerungen. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend auch bundesweit ein nämlicher ist. Wenn Sie hineinschauen, haben wir knapp 4,7 Prozent mehr festgestellte Straftat-Sachverhalte als 2022. Es gibt einen Rückgang bei den Straftaten gegen das Leben. Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung. Über Jahre hinweg sind in Mecklenburg-Vorpommern durchschnittlich 50 bis 60 Fälle registriert worden. 2023 waren es 37. Körperverletzungen und andere Ruheheitsdelikte, die etwa ein Sechstel aller Straftaten ausmachten, stiegen 2023 gegenüber dem Vorjahr um knapp 1.300 auf 19.600 Fälle. Besonders deutlich sei der Anstieg bei Raubstraftaten und Bedrohungen ausgefallen. Der Anstieg bei häuslicher Gewalt setzte sich kontinuierlich fort. 2023 wurden 2098 Fälle erfasst und erreichten damit einen neuen Höchststand. Die Zahl der Diebstähle ging nach oben, auf knapp 32.000 Fälle. Besorgt zeigte sich Pegel angesichts einer steigenden Zahl von Angriffen auf Ordnungs- und Rettungskräfte. Im Land sei eine deutliche Zunahme von aggressiven Verhalten gegenüber Polizisten, Feuerwehrleuten und Notfallsanitätern zu verspüren. Die Zahl der erfassten Fälle sei im Vergleich zum Vorjahr um etwa 60 auf 1.014 Taten gestiegen. 8.086 dieser Angriffe hätten sich gegen Polizeibeamtinnen und Beamte gerichtet. Ein solches Verhalten sei durch nichts zu rechtfertigen, so der Minister.